Die taumelnde Kryptobörse FTX sucht Insidern zufolge händeringend nach frischem Geld. FTX-Chef Sam Bankman-Fried verhandle mit Konkurrenten und anderen Investoren über eine Finanzspritze im Volumen von 9,4 Milliarden Dollar, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Es war zunächst aber unklar, ob Bankman-Fried das Geld zusammenbekommen wird. Die Kryptoplattform war am Sonntag in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven zu einer Kundenflucht und Mittelabzügen im Milliardenvolumen geführt hatten. Viele Kunden fürchten um ihr Geld. Der Wertpapieraufsicht zufolge steht die Firma unter anderem unter Verdacht, Kundengelder veruntreut zu haben. Gleichzeitig froren mehrere Staaten aktiver des Unternehmens ein, um die Folgen eines Kollapses für die Branche zu begrenzen. Außerdem kämpften am Freitag Rivalen von FTX darum, von den Turbulenzen nicht mit in den Abgrund gerissen zu werden. Als nächstes könnte ein Insolvenzverwalter die Abwicklung übernehmen. Einen entsprechenden Gerichtsantrag hat die Aufsichtsbehörde bereits gestellt. Vor diesem Hintergrund wurden in den USA Forderungen nach einer strengeren Regulierung des Sektors lauter.